Kommt der Ball nicht vorbei, Eckball. Gerard wird den Ball reinbringen. Und er ist in der Luft und sie setzen noch eins drauf. Also man kann nicht behaupten, dass sie sich auf ihrem Vorsprung ausruhen würden. Super, Ecko, wie er dann in der Luft steht und den Ball drückt, das ist Lehrbuch. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen mit der nötigen Portion Entschlossenheit, das hat er richtig stark gemacht. Ja, diesen Wechsel, den haben wir schon so erwartet. Herr Karpensier. Untertitelung im Auftrag des ZDF